Wer gern mehr Kontrolle und mehr Leistung wünscht, als ihm ein V-Server bieten kann, der sollte sich unsere Root-Server nicht entgehen lassen. Im Gegensatz zu den V-Servern hast du hier obendrein statisch zugewiesene Hardware, die dir so zusätzliche Power garantiert. Windows easy via Remote Desktop, genau wie deinen eigenen PC verwalten. Bei Linux bieten wir das coole ZapTS3-Gameserver-Webinterface per Klick-Server einrichten und loszocken. Auch Pless kann installiert werden. Verwalte Websites, Mails und Domains auf deinem eigenen Root. In unserer Produktauswahl entscheidest du dich zunächst für das System deines Root-Servers. Und im Anschluss konfigurierst du die Details wie Kernzahl, RAM und Bandbreite. Bis zu 12 Kerne, 8x8 GB RAM und 960 GB SSD-Festplatte kannst du modular in dein System buchen. Auch über die Anzahl der verfügbaren IP-Zugänge und der Netzgeschwindigkeit kannst du hier entscheiden. Ist alles nach deinen Wünschen eingestellt, entscheidest du dich nur noch für die Prepaid-Laufzeit und die Zahlungsart. Und schon gehört deine neue Maschine dir. Nach der Freischaltung durch unser System findest du deinen neuen Server in deinem Webinterface. Von hier aus hast du Zugriff auf alle Daten, alle gebuchten Pakete und kannst alles per Mausklick steuern. Und sollten Fragen oder Probleme auftreten, stehen dir unsere Fachleute im Live-Chat mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt aber nichts wie ab auf zaphosting.com und nutz den Code ZAPSTORIES, damit du gleich mit 15% Rabatt auf deine erste Bestellung starten kannst. Viel Spaß!